Aber natürlich geben wir Gas. Dafür sind wir hier. Hallo alle zusammen. Das ist ja wieder ein toller Augenblick. Wir freuen uns dieses Jahr auch wieder dabei zu sein. Wir fangen gleich mit einem Burner an. Ein Lied, was ihr alle kennt, wo ihr alle mitmachen könnt. Wir hoffen natürlich auch auf eure Unterstützung. Ein Lied für euch. Von Andreas. Wer erfriert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. So lange wir freuen und trennen schon teil. Wie die Kinder, wir gehen durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und lange nur mit Essen und Steuern. Das auch immer so sei. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Dass es das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Diese Zeit. Ein Hoch auf das, was vor uns ist. Ein Hoch auf das, was vor uns ist. Auf dieses Leben. Auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns. Auf jetzt und her. Ein Hoch auf das, was vor uns ist. 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 Und jetzt und her. Das ist das Beste für uns hier. Ein Hop auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hop auf uns, auf dieses Wert, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hop auf uns, auf jetzt noch der, auf einen Tag, Unendlichkeit. Ein Hop auf uns, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hop auf uns, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hop auf uns.